So, jetzt nur mal alles weglegen, wirklich alles weglegen, jetzt kommt nur ein Feuerzeug und das Obsidian-Portal mit. Nicht einmal erschwert, gar nichts? Gar nichts, gar nichts. Okay. Hier ist Obsidian. Feuerzeug. So, jetzt darf ich mich halt nicht verbauen, sonst nicht wäre gut. So, ich bin leer, quasi. Oh, fuck. Naja, Mist. Das ist das erste Mal, wo ich, nein, einmal, das ist das erste Mal seit, glaube ich, über einem Dreivierteljahr, wo ich zwei Blöcke Stein wirklich mit der Hand abbaue. Beim allerersten Mal habe ich nicht gewusst, dass wir da... Was? Ja, du bist da. Eins, zwei, jetzt soll ich jetzt nicht stoßen. So. Obsidianen sichern. Höp, 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 höp. Feuerzeugportal anmachen, durchgehen, sterben. So lautet der Plan. Nein. Ja, sehr gut. Durch. Brennen. Das weiß ich selber. Ja, das klappt. Höp. Durchgehen. Ja, hier, Moment, das Feuerzeug, falls das... Nein, ich nehme. Ich gehe einmal durch. Ja. Wünsch mir Glück. Ja. Na, geh du nicht direkt hinterher, wer deppert, wenn wir beide krippieren. Kann ich durch? Äh. Schaut momentan halbwegs sicher aus. Also für den Ne... Für den Never sicher. Nein, nein. Falsche Richtung, falsche Richtung. Das ist bewirkt. Du kannst durch das Portal durchgehen, einfach. Wenn er hängt, schon wieder. Das ist... Ich hasse es. Kann nichts machen. Steck, muss raus. Ich kann dich nicht einmal anzünden. Kann ich auch nicht wirklich schlagen. Ein Gast. Ein ungebetener Gast. Das Java regt auf. Das sage ich dir. Ja, Java regt auf. So, hier sind Schweine-Typen. Hier ist Glowstone. Und zwar ein riesiges Vorkommen. Und da ist ein Gast und der will mich... Was fucking awesome ist eigentlich. Oder auch nicht. So, ich werde mich jetzt auch aus dem Neta verpieseln. Ja, ich. Brumm, brumm, brumm. Man ist die Banane nicht krumm. Kann ich bitte mal ausführen. Dann habe ich eine CPU-Auslastung von 5 Prozent. Meint, wie viel habe ich? Ja, dann hat es geschütztes aus. Ich habe 32 Prozent CPU-Auslastung. Bei einem doppelt so guten Rechner. Also, ist das irgendwie... Aha, das ist sicher dieses Schärfer-Klumpen. Ja, du kannst einen i7 mit Profi-Grafik-Karte haben und allem. Minecraft ist einfach nur... Minecraft ist Minecraft, kein Computerprogramm. Minecraft ist halt einfach das, was es ist. Und... Ist ja super. Ich wollte mal riesig, aber nur... Ist halt teilweise scheiße. Diese Java-Legs, die sind großartig. So, jetzt bin ich in der GPU-Auslastung. Vermutlich im Neta. So. Ich bin wieder herinnernd bei uns. Sehr gut. Wo bist du? Ich bin oben. Mit Legs. So, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie das ging. Hum. Hum, hum, hum. Ja, es müsste so und so gehen. Was machen wir jetzt mit dem Neta-Portal? Momentan noch gar nichts. Ich habe nämlich gerade eine viel geilere Idee. Ja, dafür brauche ich sehr viel Stein. Sehr, sehr viel Stein. So, ich habe jetzt eine Art von Gehen. Ja, wäre ganz nett. Das heißt, wir alle, alle hat sie weggenommen? Überhaupt nicht. Das liegen noch zwei drinnen. Also eine liegt noch drinnen. So, da, klar. Nein. Ah, so. Okay. Ich möchte eine ausbauen. Jo. Ich beginne derweil mit dem Projekt, was ich vorhabe. Und zwar baue ich das ganz einfach. Und plump, wie ich bin. Ich habe kein Ding mehr. Keine Leiste. F1 drücken. Dann ist alles weg. Aber ich habe auch immer. Keine Leiste. Was denn? Was hast du nicht? Wir sollten einmal schlafen gehen. Du machst dir selber die Tür vor der Nase zu. Schaufel. Unten die Leiste, wo angezeigt ist, was ich alles habe, mit habe. Was ist weg? Vor wir F1? Oder sonst wüsste ich auch nicht, was das sein kann. Meins ist auch da, also. Aber überhaupt nichts. Es steht nur Savings Screenshot. Ich habe gerade meine Essensleiste. Na, Savings Screenshot ist auf F2. Ja, aber die Leiste ist weg. Ich habe nur die Lebensleiste. Na, Futter. Ich muss über Futterfunk gehen. Wo ich gehen. Okay, die Stöcke brauche ich. Dann brauche ich auch die hier. So, so, so. Da, 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 da. Da, da. Das passt. Diese Lecks gehen mir langsam auf den Keks. Und jetzt habe ich wieder keine Schaufel mitgenommen, was ich ursprünglich schon machen wollte. Schaufel machen. Stöcke haben wir noch. Fracht & Bucks. So, so, so. Eissenschaufel. Sehr gut. Bam. Das war gerade merkwürdig. Na, nicht hier einfach mitten, mitten irgendwas. Egal. Nein, geht ja lieber unterirdisch. Weil, wie schaut das denn da aus? Das soll ja noch halbwegs ein Gesamtbild haben. Ich brauche die Hütten ab. Ja, die Hütten kannst du abbauen. Das ist Wurst. Bräuchte irgendeine steile Küste. Das ist jetzt die Frage. Hier? Hier wäre es eigentlich gar nichts. Oder mache ich es? Na, ich mache es da hinten. Ja, das ist doch clever. Clever, clever. Hallo, da, 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 da. Da, 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 da Hallo? 12.40 bin schon in der Hütte fast. Was denn? Ich... das geht mir am Sack, dass das weg ist. Wo bist du? Äh, ich bin gerade an einem geheimen Ort. Ah, der ist besser. Der dir momentan noch verschollen bleibt. Bitte, wie kriege ich das Ding wieder her? Ich weiß nicht, ich hatte das Problem noch nie. Ich bin noch Zeitloppen und das ist blöd. Ich kriege sie wieder weg. Ich weiß nicht, was du ständig drückst. Die F-Taste habe ich durchprobiert. Die F-Taste. Dann drück nochmal alle F-Tasten. Vielleicht ist dann ja halbwegs vernünftig. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Nein. Aber du bist du... kannst du dich umschauen? Nein, ich kann nur die Maus bewegen. Ja, das ist ja eigentlich umschauen. Nein. Nur die Maus bewegt sich, aber nicht mein Körper. Nein, ich bin vor allem. Nein. Das ist seltsam. Ah, wenn das klingt. Ja, aber das finde ich blöd, wenn ich nicht weiß, was ich in die Hand nehme. Das ist mein Sack. Ich könnte dir höchstens sagen, was du gerade in der Hand hast immer. Aber ich nehme ja mal an, das wird ja auch nicht... Ich sehe die Leiste nicht. Ich habe nur die Lebensleiste. Ja, gerade hast du ein Schwert in der Hand. Ja. Jetzt eine Schaufel. Jetzt ein Schwert. Ja, ich will die Leiste wieder haben und weiß nicht, wie ich sie kriege. Buh. Keine Ahnung, wie du die Leiste wieder kriegst. Ich habe das Problem noch nicht. Das einzige, was ich kenne, ist F1 drücken, dann ist die ganze Leiste weg. Dann ist es quasi wie ein Panorama. F2 ist ein Screenshot, F3 ist die Ding, F4 ist keine Ahnung, F5 ist Außenansicht, F6 ist keine Ahnung, F7 auch. Du hast die Leiste auf die Hand gekommen. Mit F8 kriegst du die Zeitlupe wieder weg. Ja, das habe ich eh schon. Aber die Leiste ist weg. Das war das letzte Mal. Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal zeigte. Das war krass. Bist du? Wieder an einem geheimen Ort. Du weißt, ich darf das nicht sehen. Ganz genau. Bad. Kannst wieder mal die Häuser abbauen. Ich habe glaube ich brauchen keine Steine als Tag. Stimmt auch wieder. Du könntest derweil im Minecraft-Wiki etwas für mich nachschauen. Was? Wie macht man eine Pisten? Eine Pisten? Genau. ... So, so. Was wird denn? Ach, so, ja, so. Wenn du weißt, wie ne Pisten geht, sag's mir einfach. Beziehungsweise mach einfach zwei. Ist es braun? Nein, es ist nicht braun. Also, ich kenn keine braunen Pisten, sie sind maximal grün. Aber ich wette, es wird dir gefallen, was ich hier mach, auch wenn du momentan noch nicht weißt, was ich hier mache. Wird es dir doch sicherlich gefallen. Man kann Gold-Nuggets auch machen, hast du das gewusst? Ja, das braucht man für Tränke und so'n Schmoren. Neun Nuggets geht aus einer. Ja, das ist viel, damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Seltsamerweise hat uns dieser ganze Aufenthalt da unten mehr Gold als ich gedacht hätte. Und weniger Diamanten, als ich hier ruft hätte. So, ratadadada. Pap, pap, pap. Hm, also, weißt du jetzt schon, wie ne Pisten geht? Pisten. Habe ich nicht da? Warte, ich muss schauen, ich muss schauen. Pisten. Pisten. Mach die bitte. Beziehungsweise mach zwei Sticky Pisten. Was? Zwei Sticky Pisten. Das heißt Sticky Pisten, also? Ja. Müsste theoretisch direkt darunter sein. Ja. Soll ich? Okay. Okay. Ich brauche euch jetzt. Ich brauche Kommissar Hobby. Jetzt brauche ich... raus. Ahh. Und wiedersehen. Okay. Und wiedersehen. Hupssala... Hupsasas... Hup... Erinnerrecht? Zwei Stickiepisten brauchen wir! Zwei... 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 mmH Kackf So da haben wir einen tra婚... Nein, der liegt nicht zusammen... Wie jetzt? Ich hab keine Slimes! Doch Slime Balls! Wo? Hier sind zwei Schleimwelle, bitte. Ja, das brauche ich. Hast du schon, aber jetzt legen wir uns mal schlafen. So, jetzt sind die Gebüsten, deswegen fertig. Ja, mir Gott sei Dank schon, glaube ich, ein oder zwei Slimes erledigt.